So, das ist jetzt hier der Rügelsteinen, den 80 Tonnen Stein, den man mal einfach so bewegen kann, hieß es. Ist aber nicht so einfach. Man muss da ein bisschen in Resonanz kommen. Ich probiere das jetzt mal wieder aus. Vielleicht sieht man es ja hier unten. Und da bewegt er sich. Juhu! 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 Juhu!